Wie ihr alle sehen könnt, oder wie vielleicht einige schon von euch wissen, sind wir heute leider etwas dezimiert. Der Rainer hat wieder einen Bandscheibenvorfall, diesmal muss auch erwehrt werden. Kann er leider, seine Rasskünste hier nicht reißen, aber wir haben einen neuen Gitarristen mit Fabi. Ja, 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 nicht nur das, ja, so hübsch. Und Jesusartig vom Gesichtswuchs und natürlich vergeben an mich. Okay, aber wir fangen einfach mal an. Die Band heißt, also die Band hier, an der Fertunschung. Und, äh, das ist der Effekt schon, ne? Der Fertunsch. Musik 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 Meine Gitarre ist größer, auf Monito ein bisschen lauter. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dankeschön!